Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von MakeFinance. Heute gucken wir uns eine nachhaltige Dividendenaktie an, welche für weniger Müll sorgt. Die Aktie kommt aus Norwegen, das Unternehmen schüttet seit vielen Jahren eine Dividende aus und wir gucken gemeinsam uns die fairen Werte der Aktie an und ich gebe dir mein Fazit zur Aktie. Und nun viel Spaß dir beim Video. Starten tun wir mit Historio und Wissenswertes zum Unternehmen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1972 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Asker in Norwegen. Ursprünglich begann der Konzern mit der Entwicklung von Pfandautomaten zur Rücknahme von Getränkeverpackungen. Heute ist man weltweit der führende Anbieter in diesem Segment. Und ja, viele wissen schon, um welche Aktie es sich handelt, weil die Community hat sich diese Aktie zuletzt gewünscht. Neben den Pfandrücknahmesystemen setzt man auch immer mehr auf den Bereich der Sortiertechnologien. Hier lassen sich dann unter anderem die verschiedenen recycelbaren Materialien trennen. Der Konzern ist für seine hochmodernen automatischen Maschinen und Systeme bekannt. Die Lösungen tragen dazu bei, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und die Umweltauswirkungen durch Verpackungsmüll deutlich zu minimieren. Dadurch hat das Unternehmen einen deutlichen Beitrag zum Schutz der Umwelt. CEO ist seit 2021 Tove Andersen. Zuvor war sie 24 Jahre beim Düngelmittelhersteller Yara International in Norwegen tätig. 4.898 Mitarbeiter sind beim Konzern angestellt. Das Geschäft lässt sich in drei Sparten aufteilen. Den größten Anteil am Umsatz hat der Bereich Sammelsysteme mit 50,8%. Gefolgt vom Bereich Food mit 29,7% und Recycling macht 19,5% am Umsatz aus. Wo werden die Umsätze erzielt? Den größten Anteil des Umsatzes erzielt man in den USA mit 26,6%. Gefolgt vom restlichen Europa mit 23,5%, Deutschland 15,3%, Ozeanien 9,9%, Nordeuropa 8,8%, Asien 6,5%, Nordamerika 4,5%, Südamerika 2,8% und Afrika 2,1%. Wie sieht die aktuelle Gewinn- und Umsatzentwicklung beim Unternehmen aus? In orange sehen wir den bereinigten Gewinn. Dieser Gewinn ist langfristig betrachtet am Steigen. Der Free Cashflow in Ocker ist schwankender und seit zwei Jahren rückläufig. Eine Dividende wird bezahlt, das sieht man an den blauen Balken und diese kann derzeit nicht aus dem Free Cashflow bezahlt werden. Schauen wir uns die Umsatzentwicklung an. Die Umsätze sind kontinuierlich am Steigen und die Nettomarge, die grün gestrichelte Linie, ist die letzten beiden Jahren leicht gefallen und beträgt derzeit 7,9%. Wie sieht die aktuelle Aktienbewertung aus? Beim Blick aufs Jahreschart fällt auf, dass wir derzeit Anlauf nehmen, ein neues Jahrestief zu erreichen und das wird vermutlich die nächste Woche schon passieren, da die Stochastik schon auf einem Abschwung hindeutet. Investoren, die seit einem Jahr dabei sind, haben in der Aktie einen Verlust von 31,1% erlitten. Die Marktkapitalisierung beläuft sich auf 2,9 Milliarden Euro. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 31,4 unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 37,9. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt mit 2,3, ebenfalls unter dem 10-Jahres-Durchschnittswert von 3,4. Das jährliche Gewinnwachstum auf 10 Jahre beträgt 11,2% und das jährliche Umsatzwachstum auf 10 Jahre liegt bei 12,2%. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 1,61%, wurde seit 30 Jahren nicht gesenkt und das bei einem Payout auf dem Free Cashflow von derzeit 187,5%, was natürlich zu hoch ist. Die Zahlung der Dividende erfolgt einmal im Jahr, das Unternehmen kommt aus Norwegen und ist im Bereich der Industrie und hier industrielle Dienste tätig. Der TraderFox Qualitätsscore kommt auf 13 Punkte, der Dividendenscore erreicht 7 Punkte, der Wachstumscore 8 Punkte und im Robust-Test-Check schneidet die Aktie auch aufgrund des starken Kursrückgangs in diesem Jahr lediglich mit 2 Punkten ab. Das vorgestellte Unternehmen ist Tomra Systems. Wie sieht die faire Bewertung von Tomra Systems im Aktienbinder aus? Zuerst die Stabilitätszahlen. Auf die Dividende liegt diese bei 0,97%, auf den bereinigten Gewinn bei 0,96% und auf den Umsatz bei 0,94%, was alles gute Werte sind. Die Bewertung nach dem Fair Value des Umsatzes in grün liegt bei 129,10% norwegischen Kronen, der Fair Value der Dividende in blau bei 107,97% norwegischen Kronen und der Fair Value bereinigt in orange bei 103,12% norwegischen Kronen. Aufgrund der Stabilitätszahlen eignen sich alle fairen Werte zur Bewertung der Aktie. Die Tomra Systems Aktie scheint damit derzeit fair bis leicht unterbewertet zu sein. Schauen wir uns den Dividendenturbo an. Aktuell beträgt die Dividendenrendite 1,61%, was ihr an der blauen Linie sehen könnt. Der 10-Jahres-Durchschnittswert, das ist die gestrichelte Linie, liegt bei 1,58%. Ohne Betrachtung der Sonderdividende gab es schon lange keine Dividendeneinstiegsrendite von über 1,5% bei dieser Aktie. Besonders in Phasen deutlich über dem Mittelwert ist ein Kauf der Aktie lohnenswert. Kommen wir zu meinem Fazit zur Tomra Systems Aktie. Tomra Systems ist der weltweite Marktführer bei Fundsystemen. Es hat ein zukunftssicheres Geschäftsmodell. Fundsysteme helfen dabei Müll zu reduzieren und daher wird dieses Modell auch in Zukunft benötigt werden. Weitere Geschäftssparten, wie zum Beispiel die Sortiermaschinen, werden ausgebaut und könnten als Wachstumstreiber für die Zukunft dienen. Die Einstiegs-Dividendenrendite ist vergleichsweise bei der Aktie hoch. Allerdings ist hier die norwegische Quellensteuer zu beachten. Diese liegt bei 25% und lässt sich nicht anrechnen. Dadurch steigt die Steuerbelastung für Anleger aus Deutschland. Die größten Risiken sind meiner Meinung nach, gibt es in vielen Ländern bereits Fundsysteme. Hier besteht dann eher ein Servicebedarf für die bestehenden Anlagen, als die Chancen, großflächig neue Anlagen verkaufen zu können. Zudem sind auch kleinere andere Anbieter in diesem Segment tätig, welche immer Markteinteile von der Nummer 1 abknapsen möchten. Ich finde die in den letzten Jahren vielfach als nachhaltige Aktie angepriesene Tomra Systems Aktie vom Geschäftsfeld her interessant. Trotz der 31% Kursrückgang in diesem Jahr ist mir die Aktie noch immer viel zu teuer. Die Aktie ist derzeit fair bis leicht unterbewertet und ab Preisen von 100 norwegischen Kronen würde ich über einen möglichen Kauf der Aktie für mein Depot nachdenken. Nun interessiert mich deine Meinung. Schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich würde mich auch freuen, wenn du meinen Channel kostenlos abonnierst, das Video bewertest und es mit deinen Freunden teilst. Vielen Dank dafür, gute Investments und bis zum nächsten Mal. Ciao.